Hallo und herzlich willkommen zurück zu Subnautica Below Zero. Okay, aber wir waren schon. Ich bin jetzt den Lichtern gefolgt, aber hier waren wir schon. Hier unten gibt es... So. Weiter. Hier gibt es nämlich auch noch ein paar Lichtchen. Gleich führt uns das hier zum Erfolg. Wenn wir diesen Lampen folgen. Das wäre dann hier drin, aber hier ist keine Lampe mehr. Das ist mal wieder typisch. Typisch Spiel. Hier Lampen? Nö. Dann war es das mit den Lampen. Hier vielleicht. Guck mal, hier ist doch... ...unsere Brücke. Hier ist schon wieder unsere Brücke. Ich halte es ja nicht aus. Gibt es doch nicht. Wir sind ja da unten schon durchgegangen. Ach, mit Sicherheit. Gibt halt nichts mehr zu finden. Die Frage ist, was sollen wir jetzt tun? Ich habe gar keinen Anhaltspunkt. Wir sollen irgendeine... ...Facility finden, also... ...ne Fabrik, wo sein Körper gebaut wird. Aber wo soll das sein? Guck mal hier, Schönes. Wird ein Loch. Aua. Nee, vielleicht komme ich da nie wieder raus. Warte. Reicht doch schon drin, da ist doch gar nichts passiert. Alles mündet immer wieder in den einen und selben Gang. Hey. Es wird mir hier nichts angetan. Da war man doch schon. Also. Da war nämlich auch nichts. Ich habe keinen Bock mehr, um hier rumzulaufen und nichts zu machen. Da war das Ding. Wieder im Kreis gelaufen. Warum auch nicht, ne? Warum denn auch nicht? Junge, ich bin mit dem Kreis unterwegs. Junge, ich bin mit dem Kreis unterwegs. Hier oben ist auch nichts. Ne, hier ist einfach nichts mehr. Ich finde nichts mehr. Da guckt ne Nase raus. Hallo Nase. Wollte ich den kaputt bohren? Geht nicht. Wollte ich denn da lang? Da kann ich mich hier wieder raus. Gibt auch keine Übersichtskarte, wo man sehen könnte, wo man da drauf sich sehen könnte, wo man ist. Macht der da einen Müll. Woher will der denn hin? Hallo, wo willst du hin? Jetzt geht er wieder zurück. Blubblubblubblubblub. Ja, gut. Ein Problem. Bin mir aber ziemlich sicher, dass hier noch ein Teleporter irgendwo war. Was für das Kabel. Löchlein. Kann ja nicht mehr machen, als hier rumlaufen und gucken, ne? Mehr als gucken kann ich ja nicht. Gasse. Super. So, wieder hinter uns. Guckt gleich die Nase wieder raus. Ach ja. Jetzt bin ich aber so lange gelaufen, um nochmal in der Sackgasse zu landen. Nicht jetzt. Wir waren jetzt hier überall. Was war das Loch? Eine Leiter. Gibt's auch keine Leiter. Ich hab... Ebt mich. Spiel. Können wir auch wieder zurück. Wollte ihm die Nase aufbohren. Geht nicht. Oh, und er hat uns erwischt. Bin schon wieder hier. Sagenhaft. Ja, ja. Alles klar. Ich weiß es nicht. Gibt ja auch jetzt wirklich keinen Sinn hier... Ständig rumlaufen und nichts finden. So, hier oben lang gehen wir noch. Über diese Brücke. Ich komm ja da woanders hin. Oder auch nicht, weil hier geht's gar nicht weiter. Super. Ganz klasse. Gleich bin ich hier aber durch. So, hier sind wir am Anfang, ganz am Anfang vorbeigegangen. Bin ich hier hochgehüpft, oder? Ja, bin ich. Und dann kamen wir zu der einen Fabrik da hinten. Also, wenn der das hier so bewacht. Das muss doch hier irgendwas sein. Kann mir doch keiner erzählen. Nee. Nee, auch nix. Hier sind wir angekommen und haben diesen... Den Leviathan gefunden? Joi, joi. Geht schön weg. Bin mir gar nicht mehr sicher. Ich bin mir nicht mehr sicher. So. Waren wir hier schon. Riesiges Biom. Ist nix zu finden. Gar nix. Was machst du denn da? Mom. Hat das dir gemundet. Hast du was vergessen? Oh. Der brust diese Schneepinger. Oho. Wenn es noch einer... Schnapp ihn dir! Nicht ich! Da. Da hinten. Das war knapp. Ich hab kaum auf die Energie geachtet. Nicht auf die Energie, auf die... Auf die Lebensenergie ja doch schon. Auf die Energie halt, ne? Ach, nöle. Irgendwie... Ich hab keinen Plan. Total planlos. Warte. Hab ich nicht hier schon mal? Der ist ne Sackgasse. Ja, ja. Glaube, wir waren hier schon. Hat uns schon wieder erwischt. Okay, ich geh hoch. Quatsch. 70%. Äh, Junge, das geht nicht. Das geht gar nicht. Wieder reparieren. Ich hab was gefunden. Ich hab was gefunden. Ich hab was gefunden. Nach langem hin und her. Nicht das ganz gern. Erbauart. Siehste. Gewächshaus. Gewächshaus. Das ist ein Gewächshaus. Okay. Oh, da liegt noch ein Cube rum. Ja, schön. Ja, also, reinbar lohnt es sich doch hier ein bisschen zu erkunden, aber, ja. So riesige Fortschritte, hab's bis jetzt noch nicht, ne? Äh, so. Da komme ich nicht durch. Wenn er sich mal ein Bücken soll, mach das nicht. Ich dachte, es wäre ein Diamant. Oh, nee. Nee, 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 nee. Nicht nochmal da lang. Ich bin mal hierher gekommen. Ähm, gibt's hier keinen anderen Weg. Da vielleicht. So. Jetzt, äh. Da sind wir mal hergekommen, dann gehen wir aber auch wieder da runter. Sorry. Irgendwie. Nee, nee, das... Ah, entfernen wir uns ja wieder, das ist nicht gut. Da ist wieder das Ding. Das Ding, der Rest, habt ihr das gesehen? Man, du hast aber einen ganz schönen Hunger. Das ist die Frage, ne? Gibt's hier noch was oder gibt's hier nix mehr? Geh weg, lass mich in Ruhe. Nur ein Hüllchen. Ist gar keine Höhle. Super. Echt klasse. Energie, 83%. Energie, 83%. Hey. Leuchtet wieder was, aber... Meine, wir wären da schon gewesen, oder? So, abgebaut habe ich mal noch nix. Äh, aufgemacht habe ich hier noch nix. Ach. Tafel. Ach, wie? der stoffblock um mir aus jetzt bin ich aber ganz voll da hinten ist auch noch ein grünes leucht ding da waren wir aber mit sicherheit noch nicht und so bedeuten hier wäre aus in der nähe vielleicht nicht ich scannen so schön gewesen jetzt ist hier wieder mist wetter ich will ja auch warum nicht einfach den weg nehmen das kommt mir bis jetzt noch nicht bekannt vor das hat ja nichts zu sagen ist auch eine sackgasse wie es aussieht klasse planlos sollte warten bis hier tag wird allerdings das spiel keine uhr hinten leuchtet doch schon wieder was ordentlich das falsch leuchtet doch was jetzt weg auf mich nicht kaputt wieder nur 70 prozent energie ist so dunkel ich sehe hier gar nix die jämmerin kann ich dich scannen das ist ja mal wieder typisch aber dass das hatten wir schon gefunden da waren doch unsere jungen würfel drin ja nach kacke man darf ich etwas gefunden aber nein mist mist wie macht uns unseren ganzen krebs kaputt ich beende die folge hier danke fürs zuschauen wir sehen uns dann morgen bis dahin tschüss tschüss